Im Grunde haben wir ein Innovationsteam im Bayerischen Rundfunk, das nennt sich BR Next und das arbeitet daran, die ganzen technologischen Komponenten, die es braucht, an den Start zu bringen, sie zu testen, in die vorhandenen Workflows zu integrieren und im Endeffekt einfach spannende Experiences, wie man ja so schön sagt, neudeutsch, zu schaffen, weil im Endeffekt kommt es auf den Inhalt an. Im Endeffekt möchten wir in allererster Linie mit den Inhalten dorthin gehen, wo die Nutzer sind. Und wenn das auf Facebook ist, dann gehen wir auf Facebook. Wichtig ist, glaube ich, dass viele Nutzer noch gar nicht wahrnehmen, dass spannende Inhalte, die sie rezipieren, tatsächlich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Das größte Problem, dass viele 360 Grad als Selbstzweck verstehen in der Branche, eine Kamera irgendwo in den Raum stellen und sagen, cool, wir machen jetzt auch 360. Aber es hat keinen Mehrwert für den Nutzer, im Gegenteil. Und daran müssen wir ganz stark arbeiten. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.